Sie sind hier, 18. September 2018, 21.31 Uhr, von Florian Merz, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, ihr enthüllt die besten Verteidiger von FIFA 19, darunter auch Max Hummels Urheberrecht, ihr Sports, Sport 1 in FIFA 19 gibt es einige starke Verteidiger. Nun veröffentlicht EA die Top 10, unter denen sich auch Max Hummels vom FC Bayern München befindet. Am 28. September 2019 erscheint die neueste Ausgabe der berühmten wie beliebten Fußball-Simulation von Entwickler Electronic Arts. Doch noch vor der Veröffentlichung enthüllt EA die besten Spiele aus allen Ligen und Kategorien. So wurden jüngst die 10 besten Verteidiger des Spiels veröffentlicht, zu denen auch der beim FC Bayern München angestellte Max Hummels gehört. Das Spiel selbst ist ab Ende September für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Handel erhältlich. Von Florian Merz folgen et viel laude Florian Merz, Jahrgang 1990 geboren in Oberkirch, schrieb während und nach seiner Ausbildung an der Heinrich-Herz-Schule in Kahl. Mehr Mehr Untertitelung des ZDF, 2020